Hey Leute und willkommen zu einem schon zwölften Talk Video. Heute soll es mal so um eine Frage gehen, die ich jetzt schon öfter on Stream im Chat gelesen habe. Und zwar, wie ihr es wahrscheinlich auch schon im Titel seht, zocke ich eigentlich neben Smash noch irgendwelche andere Games und damit verbunden streame ich eigentlich neben Smash noch irgendwelche andere Games. Ich glaube am einfachsten lässt sich das mit Nein antworten, es gibt aber ein paar Ausnahmen, auf die ich jetzt näher eingehen werde. Und zwar bin ich auf Twitch ja eigentlich ein Smash-Only-Streamer, kann aber trotzdem zu bestimmten Anlässen natürlich nicht immer die ganze Zeit Smash laufen lassen. Wenn man zum Beispiel einen 12-Stunden-Stream macht oder einen 24-Stunden-Stream, dann ist glaube ich verständlich, dass man da nicht immer so Bock drauf hat, wirklich dieses eine Spiel jetzt 12 Stunden oder sogar einen ganzen Tag lang am Stück zu zocken. Deswegen in solchen Special-Streams zum Beispiel ist es schon vorgekommen, dass ich andere Games gestreamt habe, wie zum Beispiel Valorant oder dass ich sogar mal auf Sachen reacted habe, um halt eben da ein bisschen Abwechslung mit reinzubekommen. Es gab auch schon mal einen kompletten Special-Stream, der einfach ein ganzes FAQ war. Also da saß ich wirklich so wie hier, jetzt einfach da nur halt live und man konnte mir Fragen stellen. Und ja, aber abgesehen davon ist es so, dass ich würde mal sagen zu 97% auf jeden Fall Smash-Content auf meinem Twitch-Channel kommt. Und das liegt halt ganz einfach daran, dass ich mich eben auf Twitch dazu entschieden habe, ein Smash-Streamer zu werden. So wie jetzt jemand sich dazu entscheidet, Fortnite-Streamer zu werden oder Just-Chatting-Streamer. Ja, so ist das halt einfach dann der Bereich, in dem man sich halt begeben will. Man könnte halt auch Variety-Content-Streamer sein, aber eben da habe ich mich halt dagegen entschieden, was auch eben jetzt mit dem zweiten Thema hier zu tun hat. Und zwar zocke ich denn privat eigentlich noch was anderes außer Smash? Und auch hier lässt sich die Frage einfach beantworten. Auch eher nein. Es ist nun mal so, dass ich, wenn ich Freizeit habe, dass ich diese gerne für Smash, für Twitch vor allem auch nutze. Das heißt, ich zocke so oder so sehr wenig wirklich privat, sondern immer dann, wenn ich zocke, ist es Smash und halt das dann on-stream, weil ich einfach die Zeit zum Stream nutzen will. Aber wenn ich zum Beispiel an einem Tag schon mal gestreamt habe und am Abend nochmal Bock habe, irgendwas zu zocken, dann kommt es auf jeden Fall vor und dann ist es definitiv auch nicht nochmal Smash. Also klar, manchmal habe ich auch abends nochmal Bock auf Smash, aber es war jetzt schon öfter so, dass es dann Valorant wurde. Ja, Valorant ist das Game, was ich aktuell neben Smash noch zocke, aber sehr unregelmäßig, sowohl in den zeitlichen Abständen als auch vom Skill her, kann man das so sagen. Ja, bei mir ist das wie so eine Welle. Mal habe ich halt einfach richtig Bock, dann irgendwie in der Woche mehrmals Valorant zu grinden mit Kollegen oder so und werde da auch besser drin und dann ist mal wieder ein Monat Pause dazwischen. Und ja, also ich lasse mir mit dem Game quasi einfach meine Zeit, zock das nur vor Fun und zock es auch nur dann, wenn ich wirklich Lust drauf habe, was halt eben sehr unregelmäßig ist. Und abgesehen davon ist es jetzt aktuell sogar nichts. Also ich zock mostly Smash und ab und zu mal Valorant, wird sich aber denke ich 2022 ändern, weil da einfach Games rauskommen, für die ich halt wirklich super gehypt bin und wo ich auch jetzt schon sagen kann, ich werde da halt wahrscheinlich Smash zur Seite legen, kürzere Streams vielleicht sogar machen und dann halt einfach diese Games in meiner Freizeit für mich genießen. Und zwar wäre das Breath of the Wild 2, ich glaube das ist komplett klar, Breath of the Wild 1 war absolut insane, gehört zu eins meiner absoluten Lieblingsgames. Und Legends Arceus, weil es einfach mal was ganz Neues von der Pokémon Company ist und weil ich mir das auf jeden Fall geben möchte, ich möchte dem Game auf jeden Fall eine faire Chance geben und ja, ich bin an sich auch gehypt drauf, weil es halt auch ein Open World Game ist, so wie Breath of the Wild. Das wären also so zwei Games, die jetzt so 2022 noch kommen würden, wo ich sage, ja, da zocke ich dann auf jeden Fall mal weniger Smash. Ansonsten wäre es vielleicht noch Metroid Prime 4, wann auch immer wir das bekommen, da kann ich auch jetzt schon sagen, dass ich da einfach sehr gespannt drauf bin und da auf jeden Fall auch Smash vernachlässigen würde. Aber abgesehen davon ist es halt wirklich nichts. Und der Grund ist halt einfach wirklich ganz simpel, ich möchte eben meine Freizeit dafür nutzen, um zu streamen, weil mir das wirklich am meisten Spaß macht. Und jedes Mal, wenn ich dann streame und mir denke, ich könnte jetzt vielleicht auch Valorant streamen, ist halt bei mir so die Sache, Smash macht halt mehr Spaß. Es ist halt einfach so. Smash ist für mich das beste Game, das jemals existiert hat. Zusätzlich ist es ein Online-Game, das heißt, es wird eigentlich nie alt. Breath of the Wild 2 ist so, wenn man es mal durchgespielt hat, klar, vielleicht will man auch so ein paar Secrets oder sowas sich anschauen, aber dann hat man es halt durchgespielt, dann hat man das meiste zumindest gesehen. Bei Smash ist es so, jeder Tag ist einfach anders, jeder Stream ist anders. Einfach weil halt die Battles, die man hat, natürlich immer unterschiedlich sind. Dadurch, dass es so ein One-V-One-Online-Game ist, zumindest so wie ich es halt jetzt gerade spiele, ist es halt auch einfach so, dass man sich jeden Tag dann verbessern kann, was Neues lernen kann und halt generell neue Erfahrungen sammelt. Und das habe ich bei einem anderen Game nicht. Ich weiß, dass es andere Games so gibt, die das Gleiche bieten, aber ja, bei Smash ist es halt, es gibt halt kein zweites Smash für mich. Und das ist eigentlich so der Main-Fact. Jedes Mal, wenn mir gesagt wird, ich soll doch mal was anderes spielen, denke ich so, ja, könnte man machen, ist bestimmt auch eine nice Erfahrung, aber in der Zeit könnte ich auch einfach Smash spielen und bestimmt noch viel mehr Spaß haben, weil das halt genau mein Ding ist. Smash ist halt genau mein Game, genau das richtige Game für mich. Heißt aber eben nicht, dass ich das wirklich die ganze Zeit am Stück spielen kann. Wie erwähnt, 2022 werde ich auf jeden Fall auch die anderen Nintendo Games ausprobieren. Vielleicht werde ich davon auch was streamen, aber das überlege ich mir noch. Aber so oder so wird es über Breath of the Wild 2 und Legends of Aseas ein Talk-Video geben. Das kommt definitiv und darauf könnt ihr euch freuen, denn eben da möchte ich dann so ein bisschen meine Kritik äußern und ja, vielleicht auch das Game zu Tode hypen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja auch gar nichts, was ich da Negatives sagen kann und vielleicht ist es wirklich auch wieder so genau das Game für mich. Schauen wir mal. Aber eben, aktueller Stand ist, nein, ich zocke außer Smash so gut wie gar nichts. Nur ab und zu Valorant, aber das ist mit der Zeit, die ich in Smash investiere, ist das einfach nicht zu vergleichen. Und genau, das wär's für das Video. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Comments schreiben, wie das bei euch so ist, wie ich schon mehrmals on-stream erwähnt hab. Ich bin halt einfach kein wahrer Gamer, sondern eigentlich nur ein Smash-Player oder Smasher, so würde man uns nennen. Und ja, damit bin ich auch absolut zufrieden. Also ich hab nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie was erpasse. Aber dennoch könnt ihr mir auch unten in die Kommentare irgendwelche Games schreiben, die ich jetzt vielleicht eben eurer Meinung nach irgendwie mal nachholen sollte, weil wer weiß, wie lange Smash noch lebt. Vielleicht hab ich irgendwann dann doch keine Lust mehr auf Smash oder ja, irgendwann funktioniert Smash einfach nicht mehr so richtig. oder gibt es vielleicht auch gar kein neues Smash und vielleicht ist dann mal die Zeit, die anderen Singleplayer-Games nachzuholen oder zu zocken, auf die ich jetzt einfach keine Lust habe, wegen Smash. Jo, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, haut hier rein. Ciao.